Hallo und hi, hei hei, hei hei, heute geht's los mit MW3 und zwar alle gegen den komischen mit der Waffe, Steve Pitty nennt er sich und das bin ich übrigens. Ihr habt alle Thermal- und Schalldämpfer-Sniper am Schnitzel und ihr dürft mich so abschießen, wenn ihr aber nur gezoomt seid. Also wenn ihr mich seht, dann dürft ihr gerne zoomen und mich töten und dabei muss dann auch bleiben bei dem Zoom. Und ihr kommt klar mit eurem Chat da, oder? Ja, war sicher. Gut, genau, ich muss eine Map kriegen und dann sind wir alle froh und es geht los. Erstmal gleich ein paar weggeluffelt. Genau, und Thermal ist natürlich schön bei der Map hier. Beste. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall, glaube ich. Was ist im Hanker? Ich werde das mal schön rumkennt mir. Oh, ich habe die Messer nicht verhandelt, oder? Nee. Toten Stähle. Ach, scheiße. Die beste Sniper überhaupt, wisst ihr das? Ja. Au, was? Wo? Hast du ihn? Au, nein. Kleid mal angucken. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Boah, ey. Oder? Nicht schlecht gemacht vom Österreicher. Na, 7-1 hat er, ne? Was, 7-1? Top KD, was los? Sind du uns, sind du uns. Ich habe echt jetzt, ich habe die ganzen Tipps von euch befolgt da draußen, ja, ich habe jetzt einen Schall da drauf, auf meine Mumme. Und trotzdem nichts, bringt nichts, sie sterbt trotzdem. Was gibt's da nicht? Weee. Muss ich vielleicht mehr campen? Ich tue mal so, ich rutsche rum. Campen, biep, 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 biep. Spaß. So, oh, was ist hier los? Ich habe hier noch geschossen. Nein, nein, habe ich nicht. Oh, oh. Tja, wo ist er natürlich noch Schredder, hm? Wo ist er? Die, wir sind mal zurück in den komischen Gebäude. Hinter links, wenn wir es gleich stehen und links. Zack. Wir dürfen nur aktiviert laufen, also, ich weiß sogar. Ja, bis wir ihn gesehen haben. Da war er. Nein. Oh, hier, der. Ja, nein, geh weg. Haben wir uns schon erlebt, Anfall, oder? Nein. Ihr dürft sterben. Ihr dürft echt sterben. Das ist aber nett, dass du uns das erlaubst. Na? Ja, nein, wein. Du alte Kekse-Krübler. Du hast mich schon wieder abgezogen. Das erste Mal. Jo, das erste Mal, weißt du. Och, nee. Au. Lol. Was ist denn das für ein Camper? Guckt euch jeder an. Was tut das, oh, boah. Schande über dich. Schande über dich. Spagnum vor. Ich bewege mich so langsam. Aktiv, damit komme ich zurecht. Ich glaube mir. Schreibt es nicht, dass wir in die Kommentare rein, was für ein Schimmler der ist. Der Typ, der schimmelt. Ja, ich sehe mich auch gerne, tue ich keine Sorge. Ich komme damit klar. Okay. Und daher. Oh, ich nicht. Ich sehe nichts. Da in dem komischen Bunker drin. M-m. Der sagt, ja. Ich bin eh im Bunker. M-m. Oh, oh. Er ist ein Bunker-Camper. Ich weiß. Bunker-Kind. Was? Bunker-Kind. Nein, ich wollte abbrücken. Oh, au, was? Lol. Wo kommt der Schuss? Hä? Ach, da hinten. Was machst du da? Zack, was? Ab dich. Bernada. Du Sack. Guck dir das an. Wallhack. Du alter Wallhacker, das gibt's nie. Siebenpunkt einsetzen. Siebenpunkt was? Get me out, get me out. Siebenpunkt was? Was gibt's doch nicht? Ach, hör doch auf. Ja. Ich kümle jetzt deine ganzen Punkte, ey. Hör doch auf. Du wieder Punkte. Da, 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 da. Da überlassen. Er ist da hinten. Da, 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 da. Da, da, da. So, weil wir sind mit Wasser umgehen jetzt. Da. Autsch. Ey. Ich guck mir das jetzt nicht nochmal an. Ich guck mir das jetzt nicht nochmal an, wo du geschimmelt hast. Nein, brauchst du auch nicht. Du altes Schimmelbräutsch, du, du warst Schimmel dort, oder? Äh, ja, ich mag Schimmel. Ich bin ein Schimmel-Ei. Ich wusste es. Ich bin ein schimmeliges Magnum. Beste. Da komm ich mit klar. Da komm ich mit klar, glaube ich. Äh, äh. Kunko. Wach. Was? Oh, ich stief, du hast das Wort, ey. Nein. Wie kommt's da auf? Nein. Das kann noch nie sein. Ey. Wie lange? Ey, du bist ein Hot-Scober, ey. Was? Krass. Ah, Hot-Scober. Äh, wo ist er? Huh? Schlager-Bericht. Post Fatal. Ach. Ähm. Nein. Nein. Jetzt. Ich sehe nicht. Nein. Non-Scober stimmt, oder? Ich wusste es. Non-Scober. Kommt du mit Non-Scober, ey. Wie machst du mit dem Zoom? So, komm. Ich kriege einen Arme, dann werde ich aufsteben. Oh. Nein, Steve, lass das. Das war Fail. Und ein Messer für dich. Möchte noch jemand ein Messer? Nein, Steve, ich möchte nicht. Hier. Gebe ich dir. Wo ist Steve? Ich bin hier. Wie bei den Wolken. Steve töte mich. Ich bin hier. Hier. Noch jemand? Das ist Steve. Oh. Ja, hier. Ich warte doch schon. Ah, okay. Was? Black-Eis? Das war jetzt irgendwie ein Quick- und gleichzeitig ein No-Scope. Ein Quick- und No-Scope? Das heißt, das ist ein Gamma-Scope. Das hast du gegen zwei Regeln verstoßen. Das heißt, das ist Gamma-Scope. Gamma-Scope, okay. Ich höre ihn. Ist das irgendwie eine Weiterentwicklung von irgendwas? Nein. Das ist das Scope. Ich bin hier. Nein. Der Scope kommt da hier. Ich grüße euch. Dann halt ein Gamma-Scope. Das heißt, das ist Gamma-Scope. Hm. Oh, sah. Ja. Hursa. Uh, Hot-Scope. Können du die richtig... Weißt du, seid alles Hot-Scope, seid Pro-Scope, dann seid ihr Quick-Scope. No-Scope. Gamma-Scope. Da war ein Messer. Oh, ganz viele Wookies, ganz viele Wookies, ganz viele Wookies. Ah. Oh. Okay, durch die Wookies, kräftig. Sehr tot. Nee. Eine Frage, woher haben wir die Pertole? Habt ihr euch schon ausprobiert? Ich auch. Ich tue mal so... Nein! Ich dachte, du siehst mich nicht. Ich war immer cool. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Weißt du, ich hab... Als, äh, mein Modler hatte ich anguckt, weißt du? Oh, nein. Oh, ne. Sehr gut gemacht. Boah, ich hab ja gar keine Chance. Hast du auch nicht. Doch, hab ich. Jetzt hab ich sie. Ich wechs nämlich gleich jetzt lassen und dann geht's los. Ja, okay, ne. Ganz einfach. Ich bin, gäh. Ich nicht, aber ich hab nicht. Nee, nicht immer. Sag mal, damit. Ich seh nicht. Das ist verdammt dunkel. Nein. Was? Ich hab nicht gesehen. Die ist so verdammt dunkel da unten in den Bunger, ne? Ha, ha. Danke für die Tipps. Jetzt bin ich schon mal ein Bungerkind. Echt, jetzt bin ich wirklich ein Bungerkind. Oh. Nein, der ist mehr ein Bungerkind. Heute, der ist. Loll. Wie ist er um die Ecke springt? Ja, klar, der ist. Hohle. Ah, das dürfen wir hinten raus aus dem Bunger. Die Nopstuhle. Oh, ja, da. Hinten auch noch, ey. Ich bin hier. Ich fand doch die Hinten. Ach, kein... Na klar, angehittet. Nein! Ich hab echt durch viele Kills gehabt. Durch viele Arsch gehabt. Oh, ne. Das wurde nur getiebt heute. Hier, Magnum-Core. Niemals. Ich wollte dich messern. Was willst du mich? Messern. Warum? Ah, Hilfe! Nein! Nein! Oh, nein! Oh mein Gott! Na! Das gibt's doch nicht. Da kommen sie von überall. Weißt du? Full klar. Hallo, mich nicht. Hey, ab. Aber ich wollte den anderen Glas nehmen. Oh mein Gott. Dann machen wir das. Nächste Runde. Als nächstes Runde, wenn ich sterbe. Erstig, komm zu mir. Ich fühle dich. Loll, wie ist denn? Loll, was machen wir? Ja, äh, hallo? Roffel? Oh, hallo. Hier, das war jemand Falsches. Scheiße, das war der Beine Schiff. Zack. Nein! Ich wollte dich töten. Ach so, du wolltest mich töten? Wolltest mich echt töten? Du wolltest mich dann etwa töten, oder? Nein, ich wollte mich nicht mehr töten, nein. Also mit dem Schild geht, glaube ich, richtig gut. Viertem Mal habe ich dich schon getötet. Fünftemal. Hedl, danke schön, du hast mich schon wieder deinen Arsch rettet. Wie man da mit dem Thermal hochschaut und das nur zwei Köpfe im Bunga hocken. Nein! Jawohl! Da musst du eine Taktik von hinten überlegen. Äh, beste Taktik? Oh, das ist doch ein Kackschild. Scheißschild, lass mich auf euer Niveau hinab. Äh, was? Ich kann keine Wurst erschaffen. Sesambrötchen? Ja, er hat ein Schild. Der hat ein Schild. Dieser Kost, der hat ein Schild auch so. Das ist ein Schild. Ich hab mich schon durch den anderen Typen durchgegeben. Ich wollte dir nicht mehr da mit dem Schild. Also wenn ich jetzt nie gewinne, dann will ich auch nicht. Jetzt hab ich die ultime Klasse. Hey, warum hast du ein Schild auf dem Lücken? Weil ich sie eins aufgehoben habe. Hätte ich gerade fast getötet, deswegen. Ich hab kurz deswegen getötet. Ach, schade, das bist du. Schuldig. Ah! Nein, warum hab ich kein Ding ins Drinnen hier? Attentäter! Jo, das war das Falsche. Steht kein Name da. Ja, das ist gefährlich. Boah. Was? Das ist sehr gut gemacht. Die ist beim Tanklaster. Quick Scope! Quick Scope! Quick Scope! Was? Nö. Ich will dich herzkopen. Oh. Ich kann dich herzkopen. Ich hab das verleert. Schieß auf mich. Au. So, jetzt aber. Jetzt spüre ich's. Jetzt geht's voran. Und ich uns so gegenseitig angucken. Nein, ja nicht. Jetzt geht's voran. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kann man nämlich ja alle sterben. BAM! Nächster. Oh nein. Oh oh, nein! Ich will ihn nicht erwischt, ey. Ich will ihn nicht erwischt, weil er so... Nein! Freaks Scope! Du kannst keine Mordmein bekommen. Oh. Oh. Ich will nochmal neu anfangen. Das geht schon. What? Oh 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 oh. Nein! Ich habe dich auch noch gesehen. Hey, das war ein Kriegslob. Hallo. 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 Für mich ist so eine dumpfe Vorahnung, wo er ist. Nein, nein. Nein! Hey, wenn das jetzt ein Kriegslob braucht. Hier, Little Psygo, ich seh, dass du hättest. Hast du mich verstanden? Nein. Hält er sich einfach nie in der Regenwäste? Nein! Tag. Und da war der Halt. Jawohl. Uh, hey, nein. So, bitte Little Psyjo auspuhnen, weil er hat die Kriegslob. Uh, du lang. Uh, unfairer Gamer for the win. Uh, kekse. okay du bist auch ungefähr so meine lieben damen herren das war's vom maus und wir hauen rein bis nächstes mal ans bein bambus lecker